Kann ich so nicht sagen, müsste ich nackt sehen. Hallo und herzlich willkommen bei Red mit dem neuesten von den Amigas. Für Red lüften die beiden Musikgenissen exklusiv das allererste Mal das ein oder andere wohlgehütete Geheimnis. Die Amigas. Auf der Bühne begeistern die beiden Schwestern Millionen. Aber was die wenigsten wissen, der Erfolg war den Zwillingen nicht in die Wieke gelegt. In bescheidenen Verhältnissen am Stadtrand von Ur-Erkenschwick aufgewachsen, sind die beiden seit der Geburt unzertrennlich. Aber bis heute weiß niemand, wer von den beiden Zwillingen eigentlich die ältere ist. Wir sind exakt gleich alt, auf die Sekunde genau. Das war damals nicht schön für die Mama. Aber auch solchen Schicksalsschlägen begegnen die beiden Schlagerköniginnen mit einem Lächeln. So leben die beiden Weltstars, seitdem die Fans ihr neuer Standnis Palais belagern, in ihrem alten Wohnwagen dahinter. Aber deswegen das Anwesen wieder zu verkaufen, kam für die bescheidenen Schlagersonnen nicht in Frage. Nein, dafür stecken mittlerweile einfach viel zu viele Erinnerungen in diesen alten Gemäuern. Und wie lange wohnen Sie denn jetzt schon hier? Zwei Wochen. Mit Bescheidenheit und eiserner Disziplin haben sich die beiden asketischen Virtuosinnen an die Spitze der internationalen Musikwelt hochgearbeitet. Ein ehemaliges Bandmitglied erinnert sich. Ja, das war schon eine geile Zeit damals mit den beiden. Das sind Genies, das sind Musikmaschinen. Das gibt's nicht. Ja, und was die meisten gar nicht wissen, Bärbel hat ja viele, viele Hits der Musikgeschichte geschrieben. Selber. Ja, ja. Hier, Billy Dings. Ja, ja. Oder hier von Queen, We Will Luck You. Das kam, weil die Wohnwagentür geklemmt hat. Ja, ja. Wir machen ja alles selber. Ich singe im Studio die Texte ein, Bärbel, Gitarre und Schlagzeug, so gut es geht. Und den Rest programmiert unsere Neffin am Computer, die Hildegard. Die wird morgen sieben. Was ja kaum einer weiß, eigentlich waren wir ja mal Drillinge. Der Dritte kam aber erst zwei Wochen später. So ein kleiner, dicker Grieche. Ne ganz linke Sau. Ist aber schon mit zwei von zu Hause abgehauen und arbeitet jetzt beim Finanzamt. Ganz liebe Grüße an dieser Stelle von uns zwei. Thoran, falls du zuschaust, Bärbel wink doch auch mal.